Hey, mein Name ist Julius oder Whisper4President und heute darf ich euch ganz herzlich zu diesem Video begrüßen. Viele haben es von euch gewünscht. 3, 2, 1. Hey, mein Name ist Julius oder Whisper4President, A-S-M-A. Also eher. Und zwar, dieses Video haben sich viele von euch gewünscht und das schon seit einer längeren Zeit, eventuell sogar schon seit zwei Jahren. Ich bin aber nie darauf zurückgekommen, deshalb tut es mir schon mal leid, dass das Video so lange gedauert hat. Aber jetzt mache ich es. Und zwar geht es, wie ihr auch schon dem Titel entnehmen könnt, um diese Narbe hier an meinem linken Auge. Vielleicht ist sie dir noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht bist du derjenige, der das vor zwei Jahren mal Requested, also das erwünscht hat. Und ja, heute erzähle ich euch alles, was man dazu wissen kann, sollte. Ja, bevor ich aber damit anfange, möchte ich erstmal etwas trinken. Das tue ich erstmal direkt. Und euch fragen, wie ihr dieses Wetter findet. Also, ich wohne in Nordrhein-Westfalen und es ist einfach übertrieben warm. Es ist... In den Sommerferien hatten wir nie so wirklich heiße Tage. Und jetzt, wo die Sommerferien vorbei sind, gibt es auf einmal die Zwelle. Und ich würde euch fragen, also erstens, wie ihr das Wetter findet. Mögt ihr es so warm, vielleicht sogar wärmer oder eher kälter? Ich mag es eher so 16, 17 Grad. 15, so. So ist eine gute Temperatur. So rausgehen, ohne Jacke, mit einem leichten Pullover. Das ist echt ein sehr gutes Wetter, finde ich. Und Abwand gibt es bei euch, falls du noch Schüler bist, hitzefrei. So, ähm, let's get back to topic. Also, meine Narbe ist, ich gebe das alles nur so wieder. Ich kann es nur so wiedergeben, wie ich mich daran erinnere. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre es her war. Vielleicht neun, acht Jahre. Eventuell, ähm, ist dieser Unfall, ja. Und zwar ist er in den Winterferien passiert. Damals waren ja die Winter noch schön kalt und wir hatten eine weiße Weihnacht. Also, schön viel Schnee an Weihnachten, was optimal ist. Und wir haben, also ich und meine Familie, meine Familie und ich, sind dann nach, also in die Eifel gefahren. Und das war echt ein schönes Erlebnis, so als kleines Kind, bist du dann auf, ähm, also als kleines Kind, als Kind, bist du dann, war ich mit meinen Geschwistern auf einem Bauernhof, der einfach zugeschneit war mit sehr, sehr, sehr guten, ähm, wie nennt man das, ähm, Rutschmöglichkeiten, also Schlittenfahrmöglichkeiten. Und, ähm, ja, so mit viel Eiszapfen, so, also keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, sind so kleine Kindheitserinnerungen, ähm, die da einfach irgendwo fest hängen geblieben sind, die, an die ich mich jetzt erinnern kann. Und das waren einfach die dicken Eiszapfen, die von den, ähm, Stalldächern hingen, so draußen, die wirklich so dick waren, also meine Erinnerung waren die so dick. Und, ähm, ja, diese Narbe habe ich, ähm, mir dort geholt, nicht von einem Eiszapfen, so spektakulär war es, leider nicht. Ähm, nein, also, erst mal, um die Atmosphäre zu beschreiben und die Umgebung ein bisschen zu beschreiben, ist von, ne, vielleicht war ja einer von euch schon in der Eifel, falls nicht, ähm, erkläre ich euch kurz, wie es da ein bisschen aussieht. Da geht es oft bergab, berg, also bergrunter, bergab. Ähm, ja, du kannst kaum irgendwo hingehen, ohne dass du den Berg hoch gehst oder runter. Die Straßen sind relativ eng, die Häuser relativ alt, also Bauernhäuser, keine Ahnung, ähm, so Hütten, viele Hütten. Ähm, und wir waren in einem Mehrfamilien-Ferienhaus, wo wir alle unsere kleine Wohnung hatten. Und, ähm, die, das Haus war an einem, nicht an einem Abgrund, aber, ähm, auf einem kleinen Berg, an einem Gipfel, wo es dann, so eine Seilbahn gab, ähm, die auch supergeil war, ähm, das hat echt viel Spaß gemacht, und, ähm, auf der rechten Seite war ein großer Stall mit Trampolin, wo wir so viel Zeit verbraucht haben, ähm, Kühen und Kühen und Pferden, nee, die Pferde waren im Stall, ja, und, da war ein so ein, so ein etwas größeres Trampolin. So, das war rechts, ähm, vom Stall, so, stellt euch das vor, wie in einer Vogelperspektive. Hier ist ein Stall, dann ist, das ist ein Taseerstall, dann ist hier hinten etwas das Ferienhaus gewesen, und, hier links, die Einfahrt für die, also der Wagenplatz und so, für die, fern, Autos, und, ähm, dann war, also da war Trampolinstall, und genau, hier, so da, so in der Nähe vom Trampolin und vom Stall, und so, ging es bergab, wo man super, super rodeln konnte, mit dem Fahrstetten, und, wir waren, wir haben einen Ausflug gemacht, das war um die Mittagszeit, früher Abend, Nachmittagszeit, also, und, wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, und es ging, einfach mal raus, ähm, ein bisschen, die Gegend, abgehen, ein bisschen spazieren gehen, halt mit den Eltern, und, wir sind dann, ähm, die Berge hochgegangen, also es ging bergab, und irgendwann, ging es eine lange, 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 gerade Straße, äh, mit Feld, also so ein großes Feld, aber da war auch so eine kleine, Straße, wo man lang gehen konnte, was wir getan haben, gehen wir also diese Straße entlang, und, ähm, mein Bruder, und ich, natürlich, äh, gehen wir nicht, sondern wir sind gelaufen, wir sind, gerannt haben, gespielt, und, auf einmal, sehen wir, so gefrorene, ähm, Traktor, ähm, spuren, die, wo gefrorenes Wasser drin war, also von Krisentraktoren, zu den Rädern, die spuren, da war gefrorenes Wasser drin, und, ähm, da dachten wir uns, ey, geil, können wir gut schlittern, so schön, so, wie auf, also, auf Glatteis, und, tja, das hab ich getan, und, ähm, bin aufs Maul gefallen, zuerst hab ich's gar nicht realisiert, dass da überhaupt irgendwas geblutet hat, ich dachte, wow, ich bin auf den Kopf gefallen, scheiße, steh ich mal wieder auf, meine Mutter war sehr schockiert, und stand da mit offenem Mund, und offenen Augen, und war, baff, und dann, und dann, oh Gott, oh Gott, ist die Zunge gerannt, und hat, ähm, mir irgendwas an den Kopf gehalten, ich weiß nicht, war vielleicht ein Schal, oder so, und da hab ich mir so gemacht, und dann war einfach meine Hand voller Blut, meine Mutter hat beschreibt es so, als wäre ein Ping-Pong-Ball vom Boden, so einmal, ähm, abgeprallt, so wäre es mit meinem Kopf gewesen, ähm, ja, dann ging's schnurstracks ins Krankenhaus, wo mir eine heftige Narkose, Narkose, oder, äh, Betäubungsspritze gegeben wurde, ähm, nach einer Zeit hab ich dann den Arzt gefragt, können Sie euch mal anfangen zu nähen, also ich hab hier einen offenen Kopf, meinte, ja, ich bin schon, ich bin schon eigentlich schon fast fertig, also, die Betäubungsspritze war es dann auf jeden Fall wert, und, seitdem hab ich diese Narbe, so, jetzt habt ihr es erfahren, ich hoffe es war spannend, ich hoffe es war, ähm, wie nennt man das, unterhaltsam, und, ja, danke fürs Zuschauen, ich, äh, wollte ja eigentlich noch ein, ähm, 5000 Abonnenten Spezialvideo hochladen, und, das läuft gerade alles nicht so viel, ich das mir erhofft habe, also, mal sehen, wie es daraus noch wird, ähm, ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls ich irgendwas erwähnen kann, das ist auch so ein bisschen geheim, für, das Spezialvideo, ähm, nun denn, danke sehr, dass du dieses Video eingeschaltet hast, falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich darüber freuen, wenn du mich abonnieren würdest, und, oder, mir auf Snapchat und Instagram folgst, auf Snapchat ist mein Name, Whisper Julius, also der, also Flüster Julius, und, ähm, auf Instagram heiße ich, Whisper for President ASMR, das ist beides auch, in der Beschreibung, ähm, verlinkt, und, ja, noch einen schönen Tag, und bis zum nächsten Video, ciao.